Ab geht es doch mal. Ab zum Windenbach auf Don Kaulbarsch. Jetzt nochmal mit einem ganz anderen Setup. Ich gehe dran hier mit 1, Kilo Tragfähigkeit. Maximales Risiko für den maximal allergeilsten Fischalden. Legen wir los. Gerade das Set zusammengebaut. Dreimal. Ich stelle mich jetzt hier einfach nochmal hin an den Windenbach. Ich will es nochmal wissen, Alden. Und schmeiße jetzt hier auf Don Kaulbarsch dreimal das Set wieder raus auf Winkelpicker. Weil auch in den Qualifikations-Challenges Winkelpicker abverlangt wird. Sonst hätte ich gerne auch sowas wie eine normale Fieder genommen. und ballere jetzt hier raus und hoffe auf richtig geile Drills. Und es geht auch instant los. Sehr gut. Ich habe noch nichts getestet. Ich war gerade noch eben kurz am Ladoga und habe da ein bisschen rumprobiert. Ja, ein kleiner Fisch ist dran. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier die Bremse einstellen kann mit diesem leichten Setup. und auf was ich jetzt hier achten muss bei dem Gewicht. Ich habe gerade mal so auf 10 Meter geklippt, aber ich glaube ganze 10 Meter komme ich gar nicht raus. Ich bin hier glaube ich so bei 7 bis 8 Metern vielleicht und zack, da geht das nächste Ding los. Also, gerade eben spontan hier hingereist und es bimmelt los. Spontan hier hingereist und es bimmelt an allen Ecken und Kanten. Sehr gut. Gut. Ich glaube ich höre gerade alle drei bimmeln gleichzeitig. So muck wieder. So soll das sein. Hier ist schon wieder der nächste Biss. Was habe ich ausprobiert? Ich habe die Invisible Schnur genommen. Die unsichtbare sozusagen. In Mono. So, und damit hoffe ich jetzt auf den Ultimativen. Ähm, was hatten wir zuletzt immer verwendet? Wir hatten zuletzt immer die, wir hatten zuletzt immer die, ähm, Mikro Braid. 2,8 Kilo Mikro Braid. Natürlich auch wahrscheinlich eine Idee zumindest. Oh, zur Zeit gehen die Nasen hier, ey. Ähm, jetzt muss es einfach weitergehen. Ähm, ich glaube ich ändere gleich mal die Wurfreichweite. Also die Wurfweite bis 10 Meter da hinten, das ist mir schon echt zu viel. Ist der Clip überhaupt noch drin oder habe ich ihn? Ne, er ist glaube ich raus und deswegen wundere ich mich hier auch schon die ganze Zeit. Stimmt, ich habe ja die Rolle gewechselt. Ich mache mal hier, ich mache mal hier auf 9, machen wir mal 7, 9. Naja, macht eigentlich auch keinen Riesenunterschied, ne? Machen wir mal hier so eine 9 Meter ran. Und hier, machen wir hier mal kurz, mittel und weit. Und dann gucken wir mal, ob da was geht. Wobei so halt, wie gesagt, um die 7, 8 Meter ist doch immer machbar. Es wurden zuletzt wieder, ähm, es wurden zuletzt wieder Don Kaulbarsche gefangen. Tatsächlich sogar auch auf Stippe und so Sachen. Und ich muss da natürlich dran, Alter. Ich kann da nicht anders. Ich muss da dran. Ist die Bremse richtig eingestellt, jo? Ich muss da dran, solange hier so einigermaßen Spots laufen, muss ich es einfach probieren. Wir gehen gleich natürlich nochmal auf Setup ein. Ein bisschen detaillierter. Oh, Zobel. Oha. 220 Gramm Zobel. Kratsching. Sehr schön. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ansonsten stehe ich hier mit, äh, 20 Gramm Blei. Relativ leicht. Und, jo. Alles eher sehr fein ausgerüstet. Und ich hatte jetzt hier die Tage im, ähm, im Shop nochmal gesehen. Das ist ja, ähm, bei diesen Invisible Schnuren, Schnürchen, die ich, ähm, auch zum Beispiel fürs Spinning schon verwendet habe. Am Belaya und sowas. In der Tragfähigkeit. Um die, ähm, 5 Kilo, 4 Kilo, 6 Kilo so ungefähr. Und da habe ich gesehen, es gibt diese Invisible Schnur ja auch nochmal. In einer Stärke von 0,08. Super dünn. Und da verbindet sich hier natürlich, ähm, die Monoschnur ist das ja. Die monophile Schnur, die ohnehin schon recht durchsichtig ist. Wir gucken uns die Schnur gleich im Detail nochmal an. Ähm, also mit einer sehr dünnen Schnur, was wenig Scheuchwirkung auch dann wiederum hat. Also sehr dünne Schnur. Allerdings da auch dann wenig Tragfähigkeit. Das heißt natürlich, wenn wir hier im schlimmsten Fall, keine Ahnung, einen Döbel dran hätten. Von, lassen wir mal 3 Kilo sein. Dann ist das natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Selbst wenn wir, ne, das ist glaube ich schon Grenze. Ich sag mal so eine Kilo, Kilo Ware. So ein Kilo Fisch ist schon im Grenzbereich. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich zur Zeit ganz zufrieden. Einfach alleine jetzt schon hier mit der Frequenz. Das sieht auch schon alles ganz gut aus. Es ist gerade sehr kunterbunt. Wir machen mal hier einen Clip von 6 Metern nur. Hier vorne. Zack, da kommen wir auch schon direkt rein. Sind also direkt hier vorne ganz knapp. Da vorne waren es glaube ich 7 oder 8. Und hier werfen wir gleich mal, oder nach wie vor ein bisschen weiter raus. Hier ist glaube ich noch gar kein Clip gewesen. Wobei auch hier bisher die geringste Frequenz war auf der. So, clippen wir mal auf. Machen wir mal 9. Zack, das ist auch schon mal ein bisschen weiter. So. Joa, also bisher Frequenz hammerhart. Hohe Frequenz. Und es geht auch direkt weiter. Wir gehen trotz allem mal eben kurz in die Schnur rein. In, da ist sie. Die ganze Serie, genau. Hier haben wir die verschiedenen Stärken. 5,5, 4,4 und so weiter. Wer alles schon verwendet, auch fürs Spinning, speziell am Belaya, funktioniert top. Letzter Einkauf war exakt dieses Gerät hier. Und ich nehme extra für diese besonderen Schnüre nochmal eine etwas prägnantere Farbe. Nicht, weil es dem Fisch irgendwie interessiert. Es interessiert mich, damit ich hier aufpasse. Genauso auch bei der 2,8 Kilo starken Micro Braid. Damit ich da nochmal aufpasse und sage, uff, ah ja, da war ja was. Bremse. Bremse runter, damit du da nicht in den Abriss irgendwie erfährst. Denn bei so einer super dünnen Schnur, 0,08 Millimeter, 1,5 Kilo Tragfähigkeit, ist natürlich echt wenig. Muss man echt aufpassen. Das heißt, man geht extrem in die Drills rein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es halt zu längeren Drills kommen. Invisible, eine neue Generation monophiler Angelschnüre. Diese Schnüre sind hochtransparent und können auch für das Angeln auf sehr misstrauische Fische eingesetzt werden. Durch die Anwendung einer neuen Herstellungsformel kombinieren sie Stärke mit höchster Sensibilität. Invisible Schnüre sind transparentes Maragdgrün. In dem Fall bla bla bla, Schmäh und Bläh. So, und das ist halt der Knackpunkt und das wollen wir. Also, ich hoffe hier bei diesen höchst misstrauischen Fischen auf gute Ergebnisse. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was ausmacht. Ob dieser olle Don Camillo Kaulbarsch überhaupt irgendwie hochmisstrauisch ist. Ich weiß er nicht. Er ist offensichtlich einfach, vielleicht einfach auch nur selten. Vielleicht ist er auch gar nicht hier drin. Ich habe noch keine Trophy gefangen. Vielleicht ist er gar nicht hier drin. Keine Ahnung. Wie auch immer, man muss ja halt alles probieren. Das ist einfach der Punkt. Einfach ausprobieren. Ja, wie gesagt, der Hauptpunkt natürlich. Ich habe jetzt hier auf die Winkelpicker eine kleinere Rolle gemacht. Ich hätte auch die olle Spark drauf klatschen können. Hier ist jetzt die Dragon drauf. Man sieht es hier so ein bisschen. Die Dragon. Man sieht es nicht genau. Vier. Da haben wir es doch. Genau, Viertausender. Dragon 40S. Sechs Kilo Tragfähigkeit. Kann man machen. Schön trotz allem die Bremse halt runter. Aber so fürs Kleinfischangeln reicht das Ding ja komplett. Da muss man jetzt nicht irgendwie eine Alpha oder sowas verwenden. Reicht. Guck mal hier. So. Ja, und mit... Ui. Schöne Güster. Auch nicht schlecht von der Kohle. Nehmen wir auch gerne mit. Ja. Also, und dann mit klassischen Ködern natürlich. Primärköder hier immer Mistwurm. Gönnt euch mal so 300 Mistwürmer oder sowas. Die ballert man auf jeden Fall easy durch. Auch wenn es ein bisschen teurer ist am Anfang hier. Aber es lohnt sich in jedem Fall. Am Windenbach Mistwurm Main. So, es bimmelt wieder los. Und wir kommen aber auch hier nochmal zu einem weiteren Unterschied zum bisherigen Angeln. Denn ich habe mir die letzten Trophy-Fänge vom Don Kaulbarsch angeschaut und bin mittlerweile darin übergegangen, hier jetzt deutlich größere Haken zu verwenden. 18er Haken, S18 und einfach brutal reingegangen sozusagen, S16er Haken. 16er Haken, extrem kann man eigentlich sagen, extrem groß, wenn man das sonst vergleicht mit, keine Ahnung, 20er, 22er Haken. Riesenunterschied. Also das, also wirklich ein deutlicher Unterschied zu den normal verwendeten Haken für diese kleinen Fische. Einfach nur die Hoffnung sozusagen, also warum das Ganze, einfach nur, damit man versucht vielleicht, wenn man doch diesen sehr, sehr seltenen Fisch fängt, wenn er denn mal einsteigt, dass er dann wenigstens auch richtig fett ist. Joa, so sieht das aus. Und das ist jetzt natürlich dann die große Hoffnung, dass das wirkt. Ich bin zur Zeit recht viel am Windenbach unterwegs. Auch mit einem zweiten Account. Es ist mal wieder soweit. Es ist Zeit für einen zweiten Account. Vielleicht ist es auch der vierte oder der fünfte. Wir gehen in Richtung Jahresende. Und in den letzten Jahren hatte ich immer oder auch immer mal wieder gegen Jahresende nochmal reingeschaut, wie man denn das Game auch anders zocken kann. Und als nächstes kommt eine Tutorial-Serie für Posenangeln. Pose Main. Für mich bisher, uff. Ich kann nicht an, also muss wirklich sagen, alter Stippe und so Sachen. Aber ich muss da durch. Ich hatte das ja schon mit dem anderen Account, mit dem Spinning und Pose, beziehungsweise Spinning Main. Der hat ja von vornherein Baitcast verwendet, weil er definitiv keine Stationärrollen brauchte, wenn er nur auf Spinning geht. Und niemals auf Grund oder sowas braucht man eben keine Stationärrollen. Für alle, die eben allround unterwegs sein wollen, da lohnt es sich halt am Anfang eher auf Spinning zu gehen, nicht auf Baitcast. Spinning Only hat sich halt angeboten, weil, ne, eben nur Baitcast. Das heißt, da könnte man dann eben auch noch stippen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin halt, ich hab da nicht, also wirklich keinen Bock auf Stippen. Es macht zwar so, ne, für den Anfang kann man das mal machen oder mal auf Karpfen, auch das ist irgendwie witzig. Aber so auf Dauer, da geh ich doch lieber schön auf Bollo. Also dazu startet jetzt auch quasi nach diesem Video in der kommenden Woche jetzt schön Stück für Stück Daily die gesamte Serie mit dem Posenangeln schön Stück für Stück. Das heißt, wenn ihr Bock habt, entweder mitmachen. Ich mein, RF4 hat ja gerade die News nochmal oder die, ähm, die AGBs sozusagen geändert und hat gesagt, ja, Alter, wenn du Bock hast, machst du dir noch einen weiteren Account. Why not? Vielleicht da die Möglichkeit, einfach mal das Stippen zu testen. Ähm, und wir gehen da zusammen irgendwie rein in die Challenge. Also, ich stipp mir jetzt einen heißen und, ähm, geh dann allerdings auch direkt über ins Bollo angeln, sobald möglich und, ähm, dann gucken wir mal, wie wir die ganzen Gewässer eben auch hier auf Pose beangeln können. Ähm, das Ganze ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch einige, die halt von vornherein sagen, allen, ich würde gerne irgendwie auf Pose angeln, weil, finde ich geil, ich angle auch im Real Life auf Pose. Ich so, dieses Plumpsangeln ist nicht meins, Spinning ist mir zu stressig. Schön mit der Pose. Genau. Also, das startet jetzt, wie gesagt, in der kommenden Woche komplett, in der Zeit, wo es halt keinen Stream gibt, täglich auf YouTube wenigstens ein paar Videos für euch. So, ich werde es hier noch ein bisschen weiter rumprobieren. Bisher muss man sagen, hm, da geht noch ein bisschen mehr. Ähm, jetzt haben wir schon 4 Uhr, aber ich glaube, für den Don war das bisher hier noch nicht so der Burner. Was aber schon mal nicht schlecht war, war gerade die Frequenz. Da ging einiges. Und was mich halt super überrascht hat, oder was mich auch echt gefreut hat, sind hier die Zobel. Gerne auch noch mehr Zobel. Das war jetzt gerade auf dem 18er-Haken. Echt gutermaßiger Fisch. Vielleicht ballern wir einfach mal für den Zobel hier nochmal so eine Borkenkäferlarve rein. Und gucken, was da noch mit drauf geht. Und da zuppelt es wieder los. Guck mal hier. Oha. Der nächste. Ja. Ja. Im Grenzbereich. Was haben wir hier Schönes? Epa. Alter, ein Arland. Der darf aber auch nicht dicker werden, ne. Also, raus damit mit dieser dünnen Schnur. Ähm, ich habe diese dünne Schnur auch verwendet schon, wie gesagt, als, äh, nur als Vorfach. Heißt also, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch Vorfächer, äh, herzustellen, dann auch das mal ruhig testen. Ähm, wenn ihr sagt, Alter, das ist mir aber alles viel zu teuer. Die Schnur hier kostet um die 70 Silber herum. Ähm, das ist wirklich natürlich Angeln auf einem ganz anderen Niveau. Das ist nichts für Anfänger. Ähm, und wenn ich mir die letzten Rekorde auch anschaue, immer wieder mit absoluten Basic-Setup wurden hier die Fische gefangen. Letzter Rekord, den ich gesehen habe, war auf einer ganz normalen, äh, ich glaube, auf dem Starter-Set war es von der Route her. Oder es war sogar die Sorrento, war es die, war es die Sorrento und mit der Spark. Also wirklich Basic. Absolut Basic. Mit einer ganz einfachen Schnur. Angelschnüre. Hier, Äte hier. Ähm, diese einfache Schnur, irgendwie in dem, in dem, Hauptschnur war glaube ich um die vier irgendwas und die einfache und die im Vorfach, äh, eben auch aus sehr einfacher Schnur gemacht. Also man muss es wirklich nicht übertreiben fürs Angeln hier am Windenbach. Ähm, wie gesagt, wenn man dann irgendwann mal alles hat im Game und irgendwie auch keine wirklichen anderen Sorgen mehr hat im Game, dann macht man halt so einen Spöks wie ich jetzt hier mit Level 40. Dann probiert man halt, ne? Und versucht es halt irgendwie noch zu optimieren und so weiter. Jetzt guck mal an, Alter. Immer auf dieser mittleren hier. Ich muss gleich noch, ich guck mal eben direkt. Immer auf der mittleren gehen hier die Zobel rein. Wie viel Meter bin ich denn hier geklippt? Ist das wirklich hier eingeworben? Ne, warte. Ist das hier wirklich auf neun Meter? Das ist aber ein Ding, ey. Also das ist ja jetzt schon, das war jetzt aber schon sehr auffällig. Immer wieder auf neun Meter sechzehner Haken. Wir machen das jetzt hier auch. Der bimmelt sich ja auch schon heißen. Zobel. Also wenn das hier, hier ist Nase. Neun Meter. Gleicher Haken. Alles gleich. Werfen wir auch mal da so hin. Zobel ist ein sensationeller Fisch. Wenn man hier ein paar Zobel ziehen kann, gern auch den ganzen Tag über, dann kann man übelst die Kohle machen hier. Übelst. muss man ja testen. Ne. Jetzt kommt ja auch noch so weit wie ein Barsch rein. Alter, 400 Gramm. Ja, also, wie gesagt, nicht abschrecken lassen davon, dass es hier natürlich auf einem hochwertigen Setup oder dass ich mit einem hochwertigen Setup unterwegs bin. dafür starte ich ja auch regelmäßig mit diesen neuen Accounts, damit ich auch wirklich sagen kann, okay, selbst mit einem Basic Account, wenn man nichts hat an Kohle, wenn man wirklich ohne Premium hier angelt und wenn man wirklich auch mit dem angelt, was man sich selber erwirtschaftet, schafft man es, an der und der Stelle erfolgreich zu angeln und mit dem und dem Setup zu angeln. Also wirklich mit den Basics kann man eben sich auch hier genauso hinstellen und was rausziehen und wie gesagt, in der nächsten Woche dann die Videos zum Posenangeln und auch da natürlich ohne Premium und weiß der Geier was, da gönne ich mir nicht irgendwie auf den Zweit und Viert und Fünft und Accounts, wie auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es mittlerweile sind, gönne ich mir natürlich nicht irgendwie Premium oder so was. Also, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen was raus 21 Fischis hier mittlerweile, guck mal, die paar, die jetzt gerade zuppeln, die nehmen wir nochmal eben mit. Mich würde halt sehr interessieren, ob hier noch mehr Zobel gehen, das wäre halt mega gut. Hatte ich die Stelle eigentlich schon gezeigt, wo ich hier bin? Ah ja, wieder Güster, auch sehr gut, ey. Also, zack, hier Windenbach, hier ist direkt die Insel, hinter der Insel, äh, zweite, zweiter Angelspot sozusagen, hier war auch vor ein paar Wochen schon, der Don, schön und aktiv. Bisher bei mir leider noch kein Don, aber auch hier wieder Zobel, selbst auf der Borkenkäferlarve. Ich werfe nochmal ein bisschen weiter raus. Das wäre sensationell, wenn hier mehr, mehr Zobel gehen. Das wäre richtig gut. Ui, 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 nö, 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 nö. Alter, 100 Meter Schnur nur drauf, aber es müsste gehen, 100 Meter. Alter, was machst du denn hier, ey? Ach, Quatsch, Rotauge, übertreibe ich nicht, ey. Das Kilo Rotauge ging auch easy rein, ne? So, ich würde sagen, wir gucken nochmal eben kurz rein. Zobel interessiert mich gerade von der Kohle her und Güster. Wenn man hier noch ein bisschen mehr rausziehen kann, mega gut. Das wäre es halt jetzt. Schauen wir nochmal eben, was die so bringen. Kaffeeaufträge muss ich natürlich auch checken. Immer Kaffeeaufträge checken. Windenbach, das A und O sind die Kaffeeaufträge. Guck mal, Donn ist sogar drin gerade. Donn bringt übelst die Kohle. Guck mal hier, 80 für einen so einen fetten Donn. Guck mal, Nasen. Habe ich leider noch nicht. Waren aber auch an der Stelle. Nasen läuft auch. Güster. Die Nase läuft auch. Vier Stück. Na, die verkaufen wir jetzt aber noch nicht. Da fange ich bestimmt gleich nochmal eine kleinere. Güster kriegen wir auch für 21 Silber los. Safe. Beziehungsweise, wir gucken mal eben hier rein. Nachpreisen, sortieren und wir sehen hier, naja gut, um die vier Silber für so ein Zobel. Das ist doch ganz okay. Die werden natürlich auch noch ein bisschen dicker. Der Bach-Saibling ist raus. Den verkaufen wir eben. Der zählt hier nicht rein. So, jetzt stimmt das Ganze. Zobel, Rotauge, auch ganz nett im Kilo-Bereich natürlich. Kleinste Güster ist die hier. Bringt drei Silber. Ich verkaufe also mal eben hier die Güster im Kaffee. Dann haben wir das auf jeden Fall safe. Was hat das in Gänze gebracht? 28. Also, verkaufen wir die hier. Nach Gewicht sortieren. Zack. Und das sind 21. Plus da hinten noch. Barsche mache ich auch eben voll. Also, Kaffeeaufträge ohne Ende. Immer wieder gut, ey. in den paar Minuten jetzt. Das waren jetzt knapp 50 Silber. Und da hinten ziehen wir halt jetzt noch ein bisschen mehr raus. Also, Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Ich freue mich auf, ja, nächste Woche. Wie gesagt, da sehen wir uns komplett nur auf YouTube beziehungsweise bis nächste Woche Freitag. Freitag geht es dann auch wieder in den Livestream ab 19 Uhr. Und danach natürlich wie immer montags, mittwochs, da wäre sie gewesen, die Güster. Montags, mittwochs und freitags geht es dann weiter bis Jahresende ab 19 Uhr auch auf Twitch. Aber natürlich auch noch weiter auf YouTube. Wenn dir das Ganze gefallen hat, trotz allem natürlich hier einen Daumen gerne da lassen für den maximalen Support. gerne auch den Kanal abonnieren. Das hilft wahnsinnig. Vielen Dank dafür. Wenn du noch ein paar Angelkollegen hast, gerne natürlich auch weiterempfehlen für die Mundpropaganda. Die hilft. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder dann Freitag wieder. Freitag den was haben wir denn dann? Ah, da ist er. Der 19. ist es. Freitag der 19.11. geht es dann in den Livestream. Bis dahin, Petri. 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 Vielen Dank.